So good, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche bei mir zu Gast Max Herre. Manche werden sich jetzt vielleicht denken, stopp, Max Herre war doch neulich erst im All Good Podcast zu Gast. Das stimmt auch, er hat sich nämlich zusammen mit Davide Schowi von den massiven Tönen und mir die Bühne in Stuttgart geteilt, wo wir im Rahmen unserer, könnt ihr uns hören, Lesereise zu Gast waren und hat da über seine Rap-Sozialisation gesprochen, über die Kolchose, die Anfänge mit Freundeskreis und die großen Erfolge. Deshalb spreche ich in dieser Podcast-Folge hier mit ihm ganz dezidiert über das anstehende Album Athen, das am 8. November erscheint. Wir sprechen über die ersten Ideen, das anschließende Scheitern, aber auch darüber, wie dann der Knoten geplatzt ist. Und Max gemerkt hat, dass er sich auf dieser Platte vielleicht das erste Mal so richtig mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen sollte und mit sich selbst, aber auch mit anderen in den Dialog treten kann durch die Musik. Wir sprechen darüber, wie er das gemacht hat, mit seiner Familie, mit seiner Partnerin, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern. Aber natürlich geht es auch ein bisschen um das Musikalische, um alte und neue Produktionsweisen und auch um Hörgewohnheiten. Viel Spaß! Ich grüße dich. Hallo. Geht's dir gut? Geht gut. Geht sehr gut. Ein bisschen wie dir, dass viel los ist und man irgendwie freudig ist darüber, dass viel los ist. Und gleichzeitig man auch merkt, okay, jetzt langsam geht das auch an die Substanz. Ja. Okay, aber es ist ein schöner Anlass, wegen dem es an die Substanz geht. Ja, absolut. Die Platte ist fertig, kommt bald raus. Aber bevor dem so war, also bevor das Ding fertig geworden ist, hast du ja irgendwann angefangen, daran zu arbeiten. Und meine erste Frage wäre so, mit was für einem Gefühl bist du an diese Platte gegangen? Du kamst ja aus dem Unplugged-Album, du hast mit Joy eine Platte gemacht und war danach direkt schon klar, okay, ich mache jetzt eine nächste Solo-Platte? Tatsächlich hatte ich angefangen, bevor wir Joy, Joy hat sich sozusagen eher zwischengeschoben. An Regenmacher hatten wir mitgearbeitet noch mit Kahedi und es war glaube ich so Anfang 2015 vielleicht sogar schon, dass ich mal so die erste Session anberaumt habe dann mit Sam und Roberto und ich so sammeln wollte. Und wir waren glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, im Dezember 2014 mit Gregory Porter ein paar Gigs unterwegs gewesen, Roberto und ich. Roberto ist ja ein gelernter Jazz-Pianist, hat bei Doldinger 20 Jahre MD gemacht und kann das wirklich. Und Gregory Porter hatte gefragt, ob wir ein paar Shows mitgehen, weil wir ja eine gemeinsame Geschichte dann über das Unplugged auch hatten. Und da stand ich dann, wenn ich nichts zu tun hatte, in dem der Bühne war, komplett begeistert davon, wie er es schafft, sozusagen seine Songs, die ja formellen Songs sind auch eher Soul-Stücke als Jazz-Stücke. Die zu singen bis zu einem gewissen Punkt, dann die Band irgendwie loszuschicken und dann spielten die los und über wirklich Riesenbögen manchmal ein paar Minuten so harten Bebop zu spielen und dann trat er wieder zurück ans Mic und fing das wieder so an. Dann fing das wieder so ein und ich dachte, okay, sowas, das mache ich jetzt auch jetzt. Und das war irgendwie für mich die große Zeit, so eine Wiederbegegnung auch mit so Spiritual-Jazz-Sachen und irgendwie, ich habe mich für Ethio-Jazz-Sachen interessiert, haben dann mit Mulatto Astatke was gemacht, auch im Studio und ich war in Addis Abeba und so weiter. Der große Plan war, und das war so kurz auch vor dieser Kamasi-Welle und so weiter, also ganz viel Jazz-Sachen zu machen, Spiritual-Jazz, Ethio-Jazz-Sachen zu machen und dann die irgendwie, wie wir es immer machen, irgendwie in so ein Hip-Hop-Gerüst zu packen wieder. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen wie Don't Let Me Be Misunderstood auf der Common-Platte mit Bilal mal oder so. Und das war so der eine Ansatz, der andere war, okay, ganz viel reisen und irgendwie alte Musik dicken, aber nicht nur eben die Platten dicken, sondern am besten die Musiker mit dicken und dann Sound mit denen machen und am besten deren Geschichten auch gleich heben. Wie so ein Feldreporter, weil ich relativ wenig Lust hatte zu anfangen, mich da mit zu verhandeln in der Musik. Irgendwie kam mir das albern vor, irgendwie Songs über mich zu schreiben. Ich dachte, das ist, ich mache total gern Musik und ich mache es gern für andere, aber dieser Max nervt da irgendwie. Der ist mir nur im Weg, wenn ich da immer mit diesen eigenen Unzulänglichkeiten, Eitelkeiten und so zu tun habe. Der muss weg, dann wird das gut. Also, jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber so fing das an. Okay. So 2015 haben wir Joy gemacht und dann eigentlich so diese richtige Albumphase ging los. Ende 2016, im Dezember bin ich nach Tel Aviv für ein paar Wochen, habe angefangen zu schreiben, eigentlich Dezember, Januar mit einem kurzen Gastspiel zu Hause. Und fing für mich so zu überlegen an, was ich machen wollte und habe eine Woche Maxim eingeladen im Dezember und im Januar eine Woche Tour und Maxim kam dann auch nochmal. Und habe dann sozusagen, das wusste ich, dass das funktioniert, weil wir für Joy zusammen Sachen gemacht hatten für die Gleisdreieckplatte. Und da saßen wir zusammen, die Woche mit Maxim und da wurde ganz viel gesprochen und darüber, was ich will und was ich nicht mehr will und was für eine Sprache ich mir vorstelle und welche Geschichten da in Frage kommt. Und wie man sich annähert, so eine Idee von viele Geschichten von anderen zu heben und sich dann irgendwie aber da drin trotzdem auch noch mit zu verhandeln. Und dann kam Tua die Woche und wir und der eigentlich auch eher so wie jetzt so eine Situation, der fragte ja, wo brennst denn, wo ist denn irgendwas, wo findest du denn in dir irgendwas, was dringlich ist, was da irgendwie gehoben werden muss. Und da entstanden in dieser Zeit ganz wenig, weil ich wirklich auf der Suche war und es wirklich auch erstmal so eine Annäherung an mich war. Okay, wie kann ich mich überhaupt noch formulieren und wie sehr will ich mich damit auch verhandeln und damit auch so exponieren und representen. Und da entstand Athen, der Text und es entstand das, was jetzt als Strophe und Diebesgut noch übrig geblieben ist. Das ist eigentlich eine Reflexion darüber, über diese Zwänge zwischen sozusagen Verantwortung im Rap, äußerem Bild und dem inneren Drang des Künstlers irgendwie aber bei sich zu bleiben und irgendwie sich da auch wiederzufinden. So, das sind Sachen, die da übrig blieben. Sonst kam da aber auch lange, lange nichts. Lange nichts, okay. Das heißt aber, dieser Plan eben aus dem Leben anderer Musiker zu erzählen, mithilfe deren Geschichten, das habt ihr jetzt schnell verworfen. Das habe ich relativ schnell verworfen, weil ich bin der Sache einfach nicht her geworden und auch mit diesem, ich habe eine ganze Platte, ich mache das ähnlich wie über Casper, habe ich es mal gehört oder wir haben mal darüber gesprochen, ich kompiliere auch ständig Alben. Das sind dann alle musikalischen Skizzen, die ich gut finde und die kompiliere ich dann zu irgendeinem Album, das für mich so einen homogenen Kosmos darstellt. Und dann hatte ich da auch bestimmt drei oder vier verschiedene Alben, die alle sehr spiritual waren und ich musste einfach feststellen, vor allem wenn ich da allein saß, dass ich nicht Gil Scott Heron bin und auch nicht die Last Poets oder so, dass mir einfach dieser Duktus fehlt, diese Sprache, aber auch dieser Kosmos, in dem eben diese Art von Texten entstehen können. Und spiritual bin ich halt irgendwie auch nicht und dann ist es auch noch Deutsch und so und Paul Cezanne bin ich auch nicht, ich bin auch kein Surrealist oder irgendwas, also ich, Davide schrieb ja auch vom Scheitern, also das war ein Scheitern. Also er hat die Bio geschrieben. Hat die Bio geschrieben, genau. Album Text, ja. Genau. So, das war, also ich scheiterte an der Sache und das landete in der Schublade und das kommt jetzt vielleicht irgendwann als Instrumentalmusik raus, aber betextet kriege ich das eben nicht. Und infolgedessen habe ich mich hingesetzt und eigentlich die Musik wieder ausgemacht und eigentlich zum ersten Mal ausgemacht und mir überlegt, okay, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich erzählen oder was kann ich erzählen, wo, wo sind denn irgendwie eigentlich irgendwelche, sagen wir mal, Bruchstellen in meiner, in meinem Inneren, die in mir irgendwie eine Dringlichkeit erzeugen und das Gefühl erzeugen, ey, das muss jetzt aber mal, der Sache muss ich jetzt mal nachgehen und das muss ich mir auch nicht ranholen. Und da weiß ich genug, genug darüber, weil das sind ja meine Gefühle und das sind meine Erinnerungen, das ist mein Leben, das muss ich nicht konstruieren und nicht bauen und mir nicht ranholen, sondern das ist einfach da. Das ist da, ja. Und so ging das los, die ersten Songs und dann wurde da so langsam ein Schuh draus. Aber warum hast du dich dem dann erstmal kategorisch verwehrt? Also das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass man es machen sollte, wenn man sich das, wenn man das so kategorisch ausschließt, hätte ich jetzt gedacht. Ja, deswegen gibt es jetzt ja auch eine Weile. Und ich glaube, ein Teil von mir ist auch schon in dem Bewusstsein sozialisiert, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll und dass das irgendwie natürlich viel interessantere Menschen, Biografien und viel, ja, ich benutze das Wort gerade viel, aber dringlichere Fragen gibt, als ob jetzt gerade ein Typ wie ich irgendwie ein Problemchen hat oder so. Und ich glaube, das musste ich irgendwie abschlagen und sagen, nee, das ist erlaubt und das ist auch okay, das zu machen und dann eher zu suchen. Und das ist, was mir jetzt natürlich im Nachhinein total klar ist, dass man immer über seine Geschichte kommt und im besten Fall aber damit eigentlich ja nur ein Türöffner ist für die Geschichten, der, die es nachher rezipieren und hören. Und ich glaube, jetzt mit den ersten Rückläufen, die ich bekomme, ist das auch gelungen, dass es eben nicht eine Platte ist, die da stehen bleibt, wo irgendjemand jetzt so einen Schwank aus seinem Leben erzählt, sondern wo es darum geht, irgendwie in den Dialog zu treten und eigentlich so eine Türe auch bei anderen aufzumachen und zu sagen, ey, ja, ich weiß genau, worüber der spricht. Das ist mir an der und der, an dem Punkt in meinem Leben begegnet und ich kann das in mir abrufen auch. Für mich funktioniert das sehr gut, das kann ich schon mal sagen. Als du dann gemerkt hast, dass es jetzt doch um dich geht oder um einzelne Punkte in deiner Biografie oder einzelne Verknüpfungen oder Kontakt mit anderen Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen, die du hast, darum geht es ja viel auf der Platte, warst du da dann neugierig oder eher auch ängstlich, weil du da so auch drumherum getänzelt bist um viele Dinge vielleicht? Also ich habe erst mal sozusagen mich entschieden, das wirklich für mich zu machen und habe diese Vorstellung davon, das ist jetzt eine Veröffentlichung und so und so viele Leute sprechen da nachher drüber, das habe ich wirklich ausgeklammert und habe tatsächlich probiert, was funktioniert für mich, womit fühle ich mich wohl, was gibt mir das Gefühl, dass hier gerade was passiert, was mich irgendwie, was mich kickt und was eben nicht nur ein Verwalten ist von irgendwas, was ich schon kenne, sondern wo ich auch merke, ich gehe hier, das ist eine neue Annäherung. Es ist inhaltlich eine neue Annäherung, es ist sprachlich eine neue Annäherung, es kommt nicht über irgendwelche, über so einen Werkzeugkasten, den ich habe, über Swag, über Floskel, über Technik, Double und Triple Rhyme, sondern ich spüre nach und nach Dingen nach, die wirklich sozusagen, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe und für die ich auch nicht weiß, wo die mich hinführen. Und ich probiere mir auch diese Filter für den Moment mal abzutrainieren, wo ich sage, also wie kann ich das nachher formatieren, wie ist das, ist das erlaubt, ist das verwertbar, ist das noch Rap oder keine Ahnung, all diese Dinge. Und ich glaube eher, und das war, also das war irgendwie auch wichtig, das zu machen, weil ich sonst überhaupt nichts hätte hinbekommen können. Es war wirklich auch, seit da saß ich einfach da und da entstand ganz wenig und ich musste mir das wirklich ranholen und sagen, jetzt, also mach es doch mal anders. Also ich habe immer sozusagen ja Musik beschrieben. Mein Leben lang habe ich irgendwie Beats gehabt und das, dann habe ich da irgendwie dazu geschrieben, zu sagen, ey, setz dich mal hin und schreib meine Seite voll, einfach nur assoziativ und dann guck dir das nochmal an, zehn Minuten später und guck mal, ob da irgendwas drinsteckt, was, ne, was ein Anfang für ein Verse ist oder was irgendwie ein Refrain machen kann oder sowas. Das war ein ganz neuer Weg für mich. Und wie bist du den beschritten? Also zum Beispiel so ein Song wie 17. September, also ist dann da nur die Idee, okay, ich möchte gerne ein Lied über meinen Vater schreiben oder gab es dann Situationen, von der du ausgegangen bist? Ja, also da spielt schon auch dieser Dialog eine unglaubliche Rolle. Mit Maxim habe ich den geschrieben auch und einfach zu wissen, okay, was da ist an Geschichte und sich auch dazu zusammen hinzutrauen und das zu heben auch im Gespräch. Und dann sind, deshalb sind auch viele der Strophen sehr assoziativ irgendwie oder sehr auch, wie man ein Gespräch führt. Viele Einstiege in Songs sind eigentlich, sind eigentlich wirklich, ja, fast wie, keine Ahnung, wie Mitschnitte solcher Gespräche. Und das gefiel mir total gut, als ich gemerkt habe, über diese Gespräche öffne ich mich irgendwie und traue mich auch an diese Punkte hin. Und es ist ein sicherer Raum, weil das Freunde sind, Menschen, ne, die das verstehen, die gleichzeitig auch Songweiter sind, die auch verstehen, wenn man da auf irgendwas, wenn man da irgendwas formuliert oder sagen, ey, das ist doch, das ist doch die Line, du hast es doch gerade gesagt oder so, suchst doch nicht, da ist es doch, so einfach ist es doch vielleicht. Und das hat mir total geholfen natürlich, da irgendwie weiterzukommen und da nicht zu versumpfen und auch mal was stehen zu lassen oder auch mal, wenn man so eben, da eben kein neuer Gedanke dazu zu kommen, einfach nochmal mit einer Frage oder einem Einwurf irgendwie das weiterzubringen und da dialektisch zu bleiben. Was glaubst du, warum das erst jetzt so gekommen ist, also dass du jetzt solche Songs schreibst? Ich habe, glaube ich, mich da schon auch angenähert mit der Singer-Songwriter-Platte, da habe ich das auch gemacht und trotzdem bin ich da nicht so vorgedrungen, es war trotzdem so formal und es war ein Neuland und ich wollte da trotzdem irgendwas gerecht werden in der Vorstellung davon, wie sowas klingen muss jetzt oder so. Und ich glaube, weil ich mich in meinem Genre bewege, war das für mich nicht so die Frage, wie muss sowas klingen? Es gab schon ein paar Regeln, die ich hatte, also so ein Floskelverbot, so ein Aphorismen-Rap-Verbot, so alles, was ich nach irgendwie zu Ende gedacht und so ratgeberisch oder so anhörte, das wollte ich nicht. Pose kam mir ganz komisch vor. Und das war, also nicht, dass ich es formuliert hätte, aber das hat sich so dahin entwickelt. Zum Beispiel auch Anglizismen kamen mir völlig deplatziert vor. Immer wenn man so eine Abkürzung sucht über einen Anglizismus, dachte ich so, nee, jetzt, also mach es dir nicht einfach. Also was willst du denn, also was willst du denn sagen? Und das hat mir irgendwie, das hat mir geholfen, mich da drin wohlzufühlen, das Gefühl zu haben, ich mache was, was irgendwie, was mir entspricht. Und gleichzeitig habe ich natürlich probiert, Sound-mäßig und auch Flow-mäßig irgendwie die Sachen, die ich höre und auch die jungen Sachen, die ich höre und auch diese Sachen, die eigentlich nur über ein Swag kommen, da mit einfließen zu lassen, zu innerieren und irgendwie aber meinen Weg zu finden. Und auch, ja, und einfach irgendwie, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, warum erst jetzt, aber vielleicht ist es einfacher, sozusagen, so diese Layers abzulegen und unverstellter vielleicht zu sein. Auch, ich bin ja jemand, der auch aus der Generation kommt, in der man auch seine Stimme wahnsinnig verstellt hat beim Rappen und Sachen gebunden hat und gedehnt hat und EIs erfunden hat, wie Kreis, die es in der deutschen Sprache vorher nicht gab und whatever. Das ist natürlich, ja, also das hört man sich selbst dann manchmal mit so einem peinlich berührten Schmunzeln und natürlich auch einer gewissen Großzügigkeit nach ein paar Jahren an. Und trotzdem will man da in diese Falle irgendwie, wollte ich da auch nicht mehr reingehen. Wo kommt das denn her, dass du, also, dass diese Generation um dich sich so verstellt hat in der Performance mitunter? Also, es gibt ja nicht nur dieses, was du gerade gemacht hast, sondern, wenn ich jetzt ans erste oder zweite Blumentopfalbum denke, die haben immer so geschrien, als wenn das Mikro so einen Meter entfernt wäre beim Aufnehmen. Also, das ist schon interessant, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich habe das Gefühl, mit diesem Entstehen dieser Szene, das brauchte auch erst. Ich finde, das ist ja immer noch so, jetzt, ich meine, dass niemand mehr SCH sagen kann oder alles SCHs hat, was eigentlich keiner hat oder alle wahnsinnig da unten wie die Franzosen rumdrücken, ihre Stimmen, so, das ist ja auch jetzt nicht eine normale Sprechstimmung und das gibt es immer. Ich meine, wenn du eine Band triffst, der unterhält sich mit dir auch anders, als er auf der Bühne klingt oder so. Ich finde das auch nicht per se schlimm und ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich ein Phänomen dieser frühen Generation ist. Da war es tatsächlich so, dass wir halt Musik gehört haben von Leuten, die unglaubliche Stimmen hatten. Ja. Und die Stimmen gibt es halt hier ganz wenig. Also, Jan klang ein bisschen wie Q-Tip vielleicht so in seinen Arbeiten, da musste er ja auch noch ein bisschen nachdrücken, dass es so wird. Und Robbe hatte was, was so Method Buster-mäßig vielleicht so, wenn man da hilft oder ein D-Flame hatte, so eine Dancehall. Aber es stimmt, ja. Die meisten hatten einfach piepsige kleine deutsche Jungenstimmchen und da muss man halt was dazu erfinden. Wenn man also kratzen will wie Nas oder so, dann muss man halt ein bisschen rumkratzen. Das war glaube ich schon einfach so und es gab halt keine deutschen Anleihen oder die, die es gab, waren nicht so. Also, ich meine, ich fand immer Frederik Hahn eine der besten Rap-Stimmen und der hatte halt einfach auch so, ja, dieses kratzige Ding drin. Und das ist glaube ich auch, auch natürlich hat es damit zu tun, dass da halt, ja, dass das auch afrikanische Diaspora ist, die er repräsentiert. Und das ist, der musste sich nicht verstellen, um diese Stimme zu haben. Und Afrop musste sich auch weniger verstellen, hat er trotzdem als Biggie dann und das war ja auch phasenweise. Dann war Biggie irgendwie das Ding, dann musste man halt mehr dicker klingen und dann war Redman das Ding, dann klang man irgendwie halt verkiffter und so. Stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist auch geschuldet der Situation, dass es halt nicht wahnsinnig viel Anleihen gab oder Vorbilder. Und ich finde, dass jetzt heute auch viele Rapper sehr ähnlich klingen auch. Es gibt so einen Style, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, da wird viel nachgedrückt gerade und die Stimmen werden ein bisschen tiefer gemacht und so weiter. Wenig Leute begegnen dir, die sich trauen, mit ihrer eigenen Stimme zu performen. Das ist auch jetzt gar nicht wertend gemeint. Ich habe nur für mich gemerkt, dass je, sagen wir mal, echter oder so unverstellter die Geschichten werden, die ich hebe, desto unpassender ist es, dem irgendwie so Layers und so Filter zu geben. Denke ich, vielleicht höre ich das in zwei Jahren und denke, oh wow, ist das alles verstellt. Also zumindest war das der Anspruch. Ja. Du sagst, auf die bist gut, du hast den Song gerade eben schon angesprochen. Ja, ich bin eins geworden mit meiner Paraderolle. Und mich würde mal interessieren, wann hast du gemerkt, dass dir zum einen diese Rolle so zugeschrieben wird? Ich vermute mal, sehr am Anfang schon. Und wann hast du vor allen Dingen dann gemerkt, dass das nicht mehr so stark von dem zu trennen ist, wer du eigentlich bist? Also, dass du eben eins damit geworden bist, wie du sagst. Ja, also da, ich bin mir da lange drüber bewusst so und es gibt so einen Teil mehr, der wehrt sich und der sagt, nee, ich will aber irgendwie, also, und das will ja jeder, will sozusagen ganzheitlich wie möglich gesehen werden. Und wir alle haben wahnsinnig viele verschiedene Ichs und Interessenfelder und natürlich auch in der Musik. Man will am liebsten natürlich für so viele Sachen wie möglich irgendwie wahrgenommen werden, weil das uns auch abbildet. Und natürlich die Öffentlichkeit oder vielleicht auch das Genre, in dem wir sind, das ist eben eins, das sehr kategorisierend ist und damit auch sehr beschneidend. Und das ist, glaube ich, ein Kampf, den viele Leute dann führen, auch in diesem äußeren Bild, dass sie sagen, ey, das trifft ja gar nicht, also, das bildet mich gar nicht ab. Und ich glaube, dass als junger Musiker diese politische Rapperschublade, die war sehr eng gefasst, muss man auch sagen. Also, auch wenn man die Platten damals hört, da war ja viel mehr drauf als das. Und das war irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und damit auch sehr präsent für die Leute. Und das war für mich auch zu verstehen. Und gleichzeitig hat sich dann daraus natürlich auch sozusagen was abgeleitet. Für mich irgendeine Form von Verantwortung, äußerer Verantwortung, die mir irgendwie, die gedrückt hat. Ich dachte, jetzt wird das verlangt, jetzt muss ich das auch stehen. Jetzt muss ich auch in jedem Interview als 24 Jahre so tun, als wüsste ich das schon alles, was da gesprochen wird. Und da hat, glaube ich, so wie so ein Bounceback stattgefunden, wo ich mich da so explizit gegen gewehrt habe, auch. Ja, aber sehr bestimmt auch durch so ein äußeres Bild. Und ich glaube jetzt, das hat bestimmt länger gedauert. Da bin ich eben auch nicht unabhängig oder so, oder so unkorrumpierbar. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt, das kann auch ganz schnell wieder passieren oder sowas, dass man sich so sehr im Außen befindet. Aber ich bemühe mich zumindest, also da bei mir zu bleiben und zu sagen, ey, was ist denn das, was mir wichtig ist? Und ich sehe durchaus, wenn man dieses Mikrofon eben hat vor dem Mund, sehe ich, dass man das auch nützen kann und nützen soll, um über den Tellerrand zu blicken und sich auch zu positionieren. Ich glaube, das wird immer wichtiger, auch in diesen Zeiten. Und ich finde trotzdem, also als Musiker wünscht man sich diese Form der Unabhängigkeit oder als Künstler, dass man das entscheidet zu tun und dass es nicht ein äußerer Antrag ist. Und das ist natürlich meine, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, hat auch damit zu tun, dass ich diesen, es ist auch immer eine, dieser Song ist auch eine Zwiesprache mit meiner Mutter sozusagen, die das nie formuliert hat, aber die einfach ein Leben mir vorlebt, das bis heute engagiert ist und politisch. Und an dem spiegel ich mich und merke, ey, ich kriege das alles überhaupt nicht so hin. Und ich bin viel widersprüchlicher und ich bin viel bequemer und unengagiert. Und das ist immer so, wie so ein, dieses Mahnmal, man sagt, machst du eigentlich genug, bist du eigentlich, also ist das hier nur ein Fest der Eitelkeiten oder ist das in irgendeiner Form auch, bist du hier irgendwie wie Teil einer Bewegung, die irgendwie, die nach vorne will und die Dinge irgendwie verändern will. Hat deine Mutter sich denn für die Musik, die du damals dann gemacht hast, auch interessiert? War das was, wo sie schon Interesse dran hatte? Ja, absolut. Also, meine Eltern, die sind jetzt nicht so Eltern, die so stolz auf Partys rumstehen und sagen, mein Sohn. Also, es ist sehr schwer, da so Lob zu bekommen oder sowas. Also, da habe ich jetzt auch nicht so, ja, vielleicht habe ich es auch schon gesucht, aber das ist jetzt nicht, so funktioniert diese Familie nicht. Das sind auch meine wichtigsten Kritiker und die haben schon immer eine sehr dezidierte Meinung. Sie sind nicht so in der Rapmusik drin oder in der Musik, die mich interessiert, dass sie da auch immer und auch nicht in diesen, in der Art und Weise, wie Musik auch heute vermarktet, rezipiert wird und so weiter, dass sie da immer so das Richtige zu sagen können. Aber sie sind auf jeden Fall nah dran, haben ganz klare Meinungen dazu und sind auch meinungsstark. Und klar, sie mögen auch Sachen. Es ist immer so, dass das, was aktuell gerade kommt, das ist dann nicht so gut. Aber das Letzte war ja echt richtig gut. Da hat er dann so einen Zeitversatz immer. Ich zeige meinem Vater was Neues, neue Grafik zum Beispiel. Er ist ja Architekt und sein Vater war auch Typograf und Gestalter und so weiter. Also, das spielt eine große Rolle und immer die letzte Grafik, die war richtig gut. Jetzt muss man mal gucken so. Ich kann da schon die Uhr nachstellen. Total frustrierend immer. Würdest du denn sagen, dass du beim Musikmachen das immer auch ein Stück weit mitgedacht hast? Die Erwartungshaltung klingt so streng, aber irgendwie das Interesse deiner Eltern an dem, was du da tust? Ja, zumindest des Konstrukts. Das sind meine Eltern, aber es ist ein großes Gebilde, familiär irgendwie. Meine Mutter hat zwölf Geschwister gehabt und mein Vater hat drei. Und das ist irgendwie, das ist ein großer Verband an Leuten, den ich mich, und dann ein großer Freundeskreis. Und das sind, also ich komme aus einem Riesenkonstrukt. Also, ich bin nicht, ich komme nie irgendwie allein wohin. Also, das hat natürlich immer mitgeschwungen. Also, diese Vorstellung, was zu machen, was zu sagen. Und ich bin da nie ausgeschert im Sinne von, dass ich mich da so, dass ich da so aufbegehrt hätte und gesagt hätte, dass ich mich da abgrenzen muss. Und jetzt geht es genau die andere Richtung. Insofern hat das immer, fühle ich mich da in irgendeiner Form natürlich immer auch mitverantwortlich oder verpflichtet, auch diesem Kreis, aus dem ich komme und will auch was machen, was uns auch als große Gruppe repräsentiert. Ja, verstehe. Und da gibt es für mich, wie für viele Leute, gibt es da so eine doppelte Buchhaltung. Die sagen, ey, da draußen, also, da ist alles erlaubt. Und dann, und entweder die Familie kriegt das nicht mit oder sie duldet das so. Und das ist so ein anderer Bereich, ein anderer Kosmos. Das berührt sich irgendwie nicht. Ich kann da draußen irgendwie frauenfeindlichen Quatsch machen. Und trotzdem, so, meine Mutter weiß dann schon, dass ich das ja nur mache, um irgendwie, dass es schön ist, dass wir damit irgendwie Geld verdienen und Urlaub fahren können und so. Das gibt es bei mir nicht. Also, ich kriege da nicht Sachen an meiner Familie vorbei. Also, nicht an meinen Eltern, nicht an meinen Cousins oder Cousinen, nicht an meinen Bruder, an meiner Schwester. Das ist, also, ich bin denen auch in der Kunst irgendwie. Oder mir, am Ende bin ich das ja. Ja, bin ich mir verpflichtet in der Vorstellung, dass ich eben, dass ich nicht isoliert existiere. Du hast gerade schon gesagt, ja, dein Vater, Architekt, dein Großvater, Architekt, Typograf, Übersetzer, Möbelbauer auch, glaube ich. Also, war das was, was dich auch interessiert hat? Ich meine, ich schätze mal, wenn sowohl dein Vater als auch dein Großvater damit sowas zu tun hatten, das war ja allgegenwärtig eigentlich, oder? Mein Bruder ist auch Architekt geworden, meine Schwester ist Gestalterin. Ja, also, es ist auch, ich meine, das Schöne am Musik machen, das sage ich immer wieder, es gibt diesen Begriff ja, das interdisziplinären Arbeiten in der Kunst. Und ich finde, dass eigentlich kaum ein Beruf das so hergibt, wie der des Musikers. Weil ich eben in ganz vielen gestalterischen Bereichen mich eben auch einbringen kann, Grafik machen kann, eine Bühnenschau gestalten kann, Videos, Kurzfilme drehen kann. Und ich das Gefühl habe, es ist eigentlich ein guter Ort, um all diese Dinge irgendwie auch einfließen zu lassen. Aber die Musik war mir halt am nächsten und das war das, was sozusagen für mich am, ja, mir am natürlichsten auch erschien. Ich musste mich da am wenigsten sozusagen dahin bewegen, sondern das kam zu mir. Es gab natürlich dann auch Überlegungen, als ich auf Zivi gemacht hatte, so, okay, und dann die Fragen kommen, okay, wie geht es jetzt weiter, mich eingeschrieben an der Uni und es gab kurz die Überlegung, ob ich was mit Journalismus machen möchte oder ob ich an die Filmakademie gehe in Ludwigsburg und Regie oder so mache. Aber das waren irgendwie alles so Plan Bs und irgendwie so Ideen, so, ach, mach doch was Gescheites und auch so. Kurzes Aufbäumen. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich das nie zu Ende gedacht und musste ich zum Glück auch nicht zu Ende denken, weil wir ja sehr nahtlos dann auch Quadratur des Kreises und so gemacht haben. Und dann war das eh entschieden, dass ich jetzt Berufsmusiker sein kann. Du bist ja mittlerweile auch selber Vater von drei Kindern. Mittlerweile ist gut. Ja, mittlerweile, aber ich wollte gerade sagen, die sind auch alle schon etwas älter. Hat das auch nochmal was in der Beziehung zu deinen eigenen Eltern verändert, dass man die anders sieht? Also ich glaube, ich bin echt ein Spätentwickler, weil es gibt ganz viele Sachen. Also ich rede mit vielen Leuten, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich und die haben ein viel differenzierteres Bild ihrer Eltern, als ich das habe. Und vielleicht, also mache ich das gerade. Ich kann das nicht so sagen, dass das, also ich Vater wurde und dann setzte so die große Auseinandersetzung mit meinen Eltern ein. Sondern es war immer noch sehr dieser Verband und jetzt kommen da halt Kinder dazu und man macht das irgendwie auch zusammen. Und da war ein großer Rückhalt auch. Wir waren ja beide Musiker durchgehend und auch zusammengearbeitet, auch der und ich dann. Und da war eigentlich, also dieses Elternwerden war trotzdem auch immer so in dem Bewusstsein, dass man da zurückgreifen kann auf diese Familie. Und deshalb fand da auch jetzt nicht so eine Auseinandersetzung oder so eine Abnabelung oder sowas auf die Art und Weise statt. Jetzt die letzten Jahre, klar werde ich so. Und das ist natürlich so, weil ich, der 17. Song ist sozusagen ja eine Spiegelung meines 17-Jährigen. Ich mit dem, ja, mit meinem Spiegelbild, meinem Sohn, der jetzt durch diese Prozesse geht und mir und ich mir da auch wieder begegne. Ich mir wieder begegne in Situationen und natürlich auch meinem Vater oder meiner Mutter wieder begegne in der Reaktion auf Dinge, die mein Sohn tut. Und das ist irgendwie ein witziger und komischer Kreislauf. Und ja, jetzt, da findet jetzt eine andere Auseinandersetzung auch damit statt oder ein Verständnis dafür, also was meine Eltern da zum Teil auch durchgemacht haben, vielleicht. Genau, du hast gerade schon gesagt, der Song spiegelt so ein bisschen dein eigenes 17-jähriges Ich mit dem von deinem älteren Sohn. Ich habe gehört, dass er auch eventuell auf diesem Song hätte rappen können, sollen, wollen. Tatsächlich, es gibt ein Verse auf einem anderen Song, der angedacht ist und es gibt für den Film, den wir machen, zum 30. August auch, das wird ein kurzer essayistischer Film. Ich sage mal, vielleicht wird der 15 Minuten oder so. Also, da ist dieser Song, da ist der gesplittet, dieser 17-Song und er hat einen Auftritt und kommt da rein und rappt sozusagen seinen Part von 17 und seine Perspektive. Das ist dann sein erster Auftritt, zumindest in meiner Welt. In der Öffentlichkeit. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, bei euch zu Hause bist du das schon mal? Ja, 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 es gab auch schon mal, in der Schweiz gab es mal einen geheimen Bühnenauftritt und so. Also, ja, total spannend und also für mich sowieso ist es ein totaler Segen, also junge Söhne, überhaupt junge Menschen im Haus zu haben, die halt einfach, die halt eine unglaubliche Jetzigkeit natürlich haben. Und die wahnsinnig, ja, in der Welt sind, interessiert sind an der Welt und da alles rein spüren, was gerade eben passiert. Und das finde ich nicht alles super, aber ich finde es alles spannend. Und vor allen Dingen stelle ich es mir auch so interessant vor, etwas, was wir uns ja kaum vorstellen können, aber diese Selbstverständlichkeit, mit der die Rap rezipieren und konsumieren, nehme ich einfach mal an. Ja, jeder, also, ich weiß nicht, wie es ist mit Mädchen, weil ich habe hier zwei Söhne zu Hause und eine Tochter, die ist ein bisschen jünger, die nicht mit mir lebt, aber es gibt kaum Kids, die nicht Rapper sind. Also, ich glaube, im Freundeskreis meiner Söhne gibt es weniger Jungs, die keine Rapper sind, als es Jungs gibt, die Rapper sind. Das ist einfach ganz normal wie Fußball. Irgendwie konnte er auch, es gab immer mehr Jungs in der Klasse, die Fußball spielen konnten, als Mädchen, als Jungs, die es nicht konnten. Ich weiß nicht, wie es unter den Mädchen ist, aber ich glaube, da ist es sicher auch mehr geworden. Aber es ist wirklich so Volkssport und auch, also alle sind auch gut. Das ist also das, womit wir uns noch rühmen konnten, dass wir, also, dass manche so gut freestylen konnten oder andere unglaubliche Technik hatten und Double und Triple und Vierer Rhymes, so, das ist einfach, das ist Standard. Also, auf jedem Schulhof, in jedem Hausflur, auf jeder Parkbank sitzen halt hochbegabte Rapper rum, die auch genau wissen, warum sie auch bessere Rapper sind, als die, die es vor ihnen gemacht haben. Also, bekommst du das dann mit? Zeigen die beiden dir das aktiv, was sie gerade hören? Oder du hast wahrscheinlich auch ein eigenes Interesse daran, was gerade so los ist. Also, es läuft halt einfach und es läuft zu meinem Entsetzen auch schon, also, zur Schulzeit, das habe ich dann irgendwann probiert einzustellen, das ist halt einfach um 7.15 Uhr dann, keine Ahnung, was halt läuft, von bis und halt Gangster-Shit lief. Und ich finde, das macht schon was mit einem Haus, wenn halt um 7.15 Uhr schon halt Gangster-Rap läuft. Also, Musik ist ja ein sehr einnehmendes, einnehmendes Element. Und ich finde, wache da nicht so auf und denke so, wow, das ist eine schöne Welt hier, sondern es ist halt eher, es ist gleich Hustle. Du hast den Block gleich, also der haut dir gleich ins Gesicht und sagt, hey, pass auf, Junge. Ja, so, another day to live the fight. Verstehe. Mir ist es auch, also, das Interview, was du David fürs Buch gegeben hast, da ist mir jetzt auch nochmal so aufgefallen, ich finde es schon beachtlich, wie gut du dich damit immer noch auskennst, obwohl es ja nicht deine Generation Musik ist. Meine ja genauso wenig auch. Und es gibt ja diesen, es gibt ja so zwei Lager, die einen sagen, okay, ich bin da offiziell zu alt für, ich verstehe das nicht, ich kann die Namen nicht mehr auseinanderhalten. Oder eben, es gibt Leute wie dich und wie mich, würde ich jetzt auch mal behaupten, die versuchen, da irgendwie on track zu bleiben, so. Das ist schon ein Anliegen dir auch oder liegt es vermehrt daran, dass eben deine Söhne das hören? Beides müssen, und es ist jetzt kein wissenschaftliches Anliegen, ich würde dir so ein bisschen auch ein wissenschaftliches Interesse unterstellen da. Für mich ist es schon, es kommt immer noch über den Sound, also, keine Ahnung. Letzte Ding, dieses Ding von Marjan, Marjan mit Crow. Genau, ich höre das und ich finde das einfach, ich finde, das ist einfach dann für mich ein gutes Ding. Und da feiere ich dann auch irgendwie einen Tag drauf ab und denke so, wow, und freue mich. Natürlich schwingt da mein Lokalpatriotismus, ist, ey, wieder einer aus dem Großraum Stuttgart, die sagen ja alle nicht mehr Stuttgart, sondern das sind jetzt alles die 618er und die Bietigheim-Bissinger und whatever, so, ist auch cool. Für mich ist es trotzdem diese Sozialisation, ich denke immer, okay, another Soulboy aus Stuttgart und freue mich dann einfach. Und das mache ich wirklich aus einer Emotionalität heraus, weniger aus so einem Berufsinteresse, was gibt es Neues und mit wem könnte man. Und das begegnet mir manchmal selbst, es wird auch reingetragen, viel Sugar zum Beispiel, ich habe mit Sugar was gemacht auf der Platte und Isaiah hat ihn vor zwei Jahren schon, also die frühen Sachen schon gepumpt und das ist dann irgendwie toll, weil das ist ganz früh, auch in meinem Kosmos, ich würde das gar nicht mitkriegen. Aber ja, und es ist auch phasenweise, ich muss auch zugeben, ich weiß jetzt, also bei vielen Namen, ich kann das auch nicht alles auseinanderhalten und wenn ich mir jetzt so Spotify-Playlisten angucke, also begegnen mir auch wirklich zwei Drittel der Namen oder sowas, ich sage, oh, wer ist das jetzt nochmal und welches Camp und das ist sicher nicht wie bei dir. Ja, aber es gibt phasenweise, bin ich wahnsinnig interessiert, ich tauche dann auch manchmal ab und dann verliere ich es mal für ein Jahr vielleicht auch wieder und muss mich dann wieder, dann interessiere ich mich wieder, aber grundsätzlich, ja, also ist ja mit allem so, ich finde das, ich höre einfach gern Musik und ich mache da, da gibt es keinen Unterschied, ob die alt ist oder neu oder ob der Typ jetzt gerade 19 ist oder ob der 45 ist und schon einen Track-Record hat von zehn Platten, und es muss mich einfach, ob es deutsch ist oder englisch oder was auch immer, es muss mich einfach musikalisch kriegen und dann ist es da und dann ist es irgendwie auch Teil von mir und dann fließt es auch irgendwie ein in die Dinge, die ich mache. Und kann auch sehr gut neben klassischen oder eher super musikalischen Sachen existieren. Ich finde zum Beispiel diesen Beat von 17 oder die Beats, muss man ja eigentlich schon eher sagen, Wahnsinn, weil die ja wirklich ganz stark angelehnt sind an diese sehr aktuelle Lo-Fi-Beat-Geschichte, also so einfach ganz dumm ein Sample flippen, so offensichtlich, wie es nur irgendwie geht und das passiert ja auf dem Song, weiß ich gar nicht, wie viele Beat-Switches es da gibt, vier, fünf oder so glaube ich. Das ist natürlich, also auch Samons Liebe zu der Tokio- oder Lo-Fi-Beat-Szene und deshalb höre ich das auch viel auch im Studio, weil A macht er selbst auch solche Beats immer wieder und dann kauft er auch ganz viel auf Bandcamp und was weiß ich was und dann schreibt ihn dann Iosugi an und sagt, man, are you dead, Samon Kawamura, for real und so weiter oder auf Japanisch, jetzt spricht er auch Japanisch. Und wie gesagt, da gibt es auch keine Altersunterschiede, es ist einfach guter Sound und ich glaube, was den Song ausmacht, ist, dass wir es dann natürlich ernst nehmen wieder und dann jedes Sample doch selbst bauen wieder und dann resamplen und dann bringt Samon aus Tokio die SP-404 mit, weil… Mit der das gemacht wird, ja. Und dann jagen wir unsere eigenen Dinger dann nochmal durch und… Aber mir ging, also in dem Song, natürlich ging es für mich darum, irgendwie natürlich zurückzugreifen auf, wie wir damals eine Cramp Huber 2000-Platte gehört haben, diese Emotionen, die aus dieser Sample-Welt, eben kommt, auf die ich auch schon erste Schritte gerappt habe und das ist ja ein Song, der da irgendwie auch anknüpft und das trotzdem ins Jetzt zu transportieren, weil eben es auch in der Situation jetzt verhandelt und zu sagen, also es ist eben nicht 90s Rap, sondern es ist Lo-Fi, Soulful, Hip-Hop von jetzt. Und passt eben dann aber auch dazu, dass gerade wieder jemand 17 ist. Genau. Weil es eben der Sound ist, den diese Leute zwar nicht alle hören, aber sie irgendwie ein Stück weit doch begleitet auch Beats to study to und weiß ich nicht was. Ich meine, da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede zwischen einem YouTube-Channel, der 24-7 einfach Beats spielt und Sachen, die wirklich ausgecheckt sind. Das ist natürlich auch klar, es gibt, genau, da gibt es natürlich eine große Easy-Listening-Szene auch, wo das auch so ein bisschen beliebig wird für mich und dann ist es so ein Soundscape, der dann läuft, weil er nicht stört mehr. Und dann gibt es aber, glaube ich, sehr ambitionierte Beat-Maker, die irgendwie sehr progressives Zeug machen. Wie mit den aktuellen Rappern auch, würde ich sagen. Da gibt es auch viel Easy-Listening, ja. Oder Heavy-Listening. Du hast ganz am Anfang davon erzählt, dass es ja ursprünglich eine ganz andere Sound-Idee auch gab. Also ich würde jetzt mal behaupten, das, was man jetzt auf dem Album hört, das ist schon etwas weiter entfernt von dem, was du ursprünglich geplant hattest. Wie kam denn dieser Shift zustande, dass es jetzt doch eher so, dass es so anders klingt? Ja, also ich glaube, weil einfach auch die Produktionsweise geschifftet ist von Text folgt der Musik oder Konzept folgt der Musik oder der musikalischen Vorstellung oder textliches Konzept folgt der musikalischen Vorstellung hin zu musikalisches Konzept und das ist zum ersten Mal so, tatsächlich musikalisches Konzept folgt der textlichen Idee. Und das hat irgendwie was gemacht, weil wir natürlich diesen Fundus haben und an Musik und an Interesse und an Beats, die über die Jahre entstanden sind und auch, ja, glaube ich, Vielseitigkeit, das ist irgendwie angelegt, auch in uns, in der Konstellation. Und wir konnten wirklich dadurch, dass es sich sozusagen sortiert hat an dem, was ich erzählen wollte, war da plötzlich eine unglaubliche Freiheit. Brüche zu erzeugen in der Musik, in eine Richtung zu gehen, harte Cuts zu machen, woanders hinzugehen, auf Athen anzufangen, auf was, was irgendwie auch von den Pads auch ein Trakeschist-Motiv sein könnte, das trotzdem mit Sipsker Sins zu machen und Pitchift zu machen, also alles hier zu verorten und dann im nächsten Moment aber aufzureißen und dann irgendwie psychedelischen Rock auf dem gleichen Song zu machen und dann auch gleich mal zweieinhalb Minuten am besten. Und das hat eine unglaubliche, also Freiheit für mich bedeutet, das war das erste Mal so, oder ich das Gefühl hatte, ich bin auf den eigenen Sachen jetzt so wie ein Produzent, auch von außen mit Simon, vor allem zusammen und auch mit Roberto, wie für einen anderen Künstler, wo man sagt, ey, wir haben das und das an Fundus, wir können das alles bauen, was soll es denn sein? Und eben auch nicht, früher war ich sehr verhaftet, dann immer ein Genre, jetzt muss dann ein Singer, Songwriter, okay, und dann muss das eben wirklich ganz, also bis ins Letzte sozusagen dem Genre gerecht werden wollen, muss dann auch dieser Plan verfolgt werden oder dann macht man irgendwie ein Boom-Bab-Ding und dann muss es auch das Ding sein. Und das habe ich irgendwie, den Anspruch hatte ich nicht zu sagen, es muss von vornherein, es muss so aus einem Guss so einem Genre entsprechen, nicht innerhalb der Songs, aber auch nicht über die Platte. Das hat eine große Freiheit produziert. Und interessanterweise klappt es genau dann sehr gut, finde ich. Also es drängt sich einem nicht auf, der rote Faden, von dem du ja sagst, dass es ihn vielleicht so gar nicht gegeben hat, aber ich finde, wenn man so durchhört, es wirkt wie aus einem Guss. Ja, es war dann schon, also auch so, weil ich es klar, ich habe es natürlich, oder wir haben es sehr schnell als Album angelegt, also auch im Storytelling und irgendwie, als ich Athen als Motiv hatte, dachte ich, okay, ich bin ja immer sozusagen auf der, so diesem Konzeptalbum auf der Schliche oder, ne, und probiere da irgendwie hinzukommen. Also spätestens seit Esperanto, ne, Mamani, Hallo Welt, und irgendwie war es immer so ein bisschen eine Mogelpackung und es ist bestimmt auch immer noch, weil ich habe immer noch nicht das geschafft, in aller Kohärenz das durchzuerzählen, aber ich komme der Sache näher und Athen ist jetzt schon sozusagen ein Moment, wo ich zumindest diesen Roadtrip oder dieses initiale Gefühl so lang wie möglich verlängern wollte. Also man fährt da rein auf Athen und dann will er, dann fährt man eben da weiter und es wird ein bisschen kryptischer. Dann geht es zum Flughafen. Ja, und dann geht es weiter in diesem Reisemoment und dann kommt 17 und zumindest ist ein Song, den kann man super hören auf dem Weg irgendwo hin und dann kommt Lass Gehen und ist auch wieder letztlich eine Beschreibreise und Rückkehr und diese Motive. Und ich wollte irgendwie, mein Gefühl war, ich will diese Platte im Sound und im Storytelling so lang wie möglich in dieser Vorstellung irgendwie belassen, dass man da jetzt gerade wirklich fährt und sich das rein, witzigerweise Solange zum Beispiel. Ich finde, das Solange-Album macht das auch. Definitiv, ja. Das ist irgendwie, sie hat das sehr, sehr lang geschafft sozusagen und da sind ja auch, da passieren auch Brüche und es ist auch sehr fragmentarisch und komplex und es schieben sich Sachen übereinander und Songs sind nicht zu Ende formuliert und trotzdem bist du irgendwie in einem Vibe wie in so einer What's Going On Marvin Gaye Platte. Lass uns vielleicht nochmal zu was zurückgehen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieses Thema mit den Erinnerungen. Du hast gesagt, es kam halt viel in Gesprächen einfach raus, du hast erzählt und dann ist daraus auch ein bisschen der Ton entstanden, aber mich würde noch so ein bisschen interessieren, wo kommen denn so Erinnerungen her? Sind die nur im Kopf? Sind die auf Fotos? Sind die in Gerüchen? Wie hat sich das so zusammengesetzt? Was konntest du da bei dir beobachten? Ja, also es ist natürlich erstmal, das weiß man ja mit den Fotos nie, Kindheitsfotos nie so genau ist, die Erinnerung sozusagen speist das Foto, die Erinnerung oder die Erinnerung verbindet sich mit dem Foto. Aber ja, da war natürlich ein bisschen großer Fundus und das sind tatsächlich Dias und ich gucke, also in regelmäßigen Abständen will ich auch irgendwie, dass mein Vater die nochmal reinschiebt in den Diaprojektor und wir die Leinwand aufbauen. Und das haben wir jetzt auch gemacht, als ich ein paar gedickt habe für die Platte und so weiter. Das war auch super, weil das ist einfach ein totales Kindheitsbild, also dieser verrauchte Raum und dieser Projektor und dann irgendwie mein Vater, der da durchknipst. Also da gab es schon ganz viele sozusagen Erinnerungspunkte und zum Teil sind das Sachen, die gehen zurück bis in die frühen 80er Jahre und so Kindheitserinnerungen, die überlagern sich aber auch und so funktioniert der Erinnerung auch, dass man es nicht genau weiß, was man wohin sortiert und Gedanken schießen ja auch und legen sich übereinander und so wollte ich auch diese Texte auch haben, dass es eben nicht so linear bleibt, sondern das erlaubt es auch, einfach so Fetzen da reinzustreuen. Aber ja, es ist viel Kindheit, es war jetzt dieser Titelsong Athen, der ist jetzt nicht, das ist eine Geschichte, die ist zehn Jahre zurück und so wird das jetzt nicht so lange her und das ist einfach nur verdichtet sozusagen, dass das irgendwie, dass das in den Song passt, aber das war das große Motiv, wir brennen durch nach Athen und jetzt ist doch alles egal. Plan A wird zu Plan Athen jetzt oder so umgemodelt. Und ja, es sind, also witzigerweise jetzt, ich war ja in Athen, füge ich jetzt wieder zum Fotos machen und auch für den Film und so weiter und es ist so, ich steigte aus dem Flugzeug und es ist alles vertraut, obwohl ich es nicht so gut kenne. Natürlich, ich kenne ein anderes Athen, deshalb ist mir jetzt ein neues Athen begegnet und trotzdem ist es natürlich mir total vertraut. Ich weiß, wie sich das anfühlt, die Luft, wenn man da aussteigt, wie das riecht, die Soundscape, wie die Leute reden, den Taxifahrer, mit dem man reinfährt, die Orte, an die man kommt, wo man abends essen geht, wie sich das anfühlt, wie die Leute auf der Straße miteinander reden, wie die Leute in den Cafés sitzen. Das Ken irgendwie ist das total, das ist ein Stück, also wie in seine Heimatstadt zurückkehren oder sowas. Es ist jetzt nicht gespeist mit ganz so vielen Erinnerungen, so viel Zeit, aber trotzdem eine Riesenvertrautheit ist da und an die habe ich irgendwie angedockt auch in meiner Erinnerung und das hat, glaube ich, dieser Sound zum Beispiel, dass ich auch wollte, dass es trotzdem, dass es irgendwie eine Wärme hat, das ganze Ding und so eine geföhnende, es gibt diesen Wind, Melthemi heißt der in Griechenland, so ein Sommerwind, ich wollte irgendwie, dass der da durchs Album bläst, die ganze Zeit. Der ist jetzt, das ist nicht nur so eine Prise, der ist schon auch fester, aber der ist halt warm, der heißt auch. Keine Ahnung. Hört man den auch? Also ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, auf Sound? Ja. Nee, den hört man vielleicht nur im White Noise der Maschinen, der alten Synthesizer oder so. Aber mir ist auch, irgendeiner Stelle ist mir das aufgefallen, mit dem, dass die Gardinen in Flammen aufgehen oder so, da hört man auf jeden Fall irgendwas zum Beispiel. Ja, da haben wir, also wir haben viel mit Space Echoes gearbeitet, weil für mich das auch sozusagen eigentlich die Dub-Übertragung für so Psychedelic, also das, was die Fliegenden getan im Psychedelic Rock machen, das machen eigentlich die Space Echoes im Dub und das ist aber auf eine ähnliche Art, ist es irgendwie psychedelisch und entrückt und damit auch eben zwischen, zwischen Dasein und Nichtsein, Wachsein, Träumen, Erinnerung und Jetzigkeit oder so, das war ein Element, das viel auftaucht, auch diese Dubigkeit irgendwie, also spätestens bei dem Song über meinen Vater, ich habe natürlich überlegt, mit Kitschkrieg hat ein Beat und wir haben den nach und nach haben wir den immer mehr in so ein 80er-Jahre-Ding dann mit den Cahedi-Jungs auch gedrückt und ich dachte, okay, also was sind denn die Songs, mit denen wir auf so einem Roadtip in 80er-Jahren unterwegs waren und der erste, der mir einfiel, war Lies La Bonita, Madonna, das wollte ich aber nicht machen und dann war ich ziemlich schnell bei Grace Jones, La Vie en Rose und so und das ist ja, Sly und Robbie haben das produziert damals und das sind diese alten 80er-Jahre-Drum-Computer und es hat schon Low End und es ist trotzdem, fliegt alles so irgendwie in so einem Island, keine Ahnung, Island, Dub, Pop, Reggae, so einem heißen, ja, wie auch so einer heißen Luftigkeit einem um die Ohren. Und ich finde, in dem, also wenn man das so mitdenkt, funktioniert auch dieser erste Song total gut, obwohl der ja an ganz anderer Stelle passiert ist, also die Geschichte, die du da erzählst, du sagst gerade, ungefähr zehn Jahre her, aber dann die Geschichte mit deinem Vater, das ist schon ein bisschen länger her und so, aber es hängt irgendwie, hängt es zusammen. Ich finde das Motiv eben schön und also, sich da ins Auto zu setzen und als Stuttgarter ist es einem irgendwie sehr vertraut, weil es gibt viele Leute, die sozusagen ihre Sommer verbracht haben auf der Transitstrecke nach Ex-Jugoslawien, Bulgarien, Griechenland in die Türkei fahrend, so, 123er, Metzger-Benz heißt der in Stuttgart und dann ging es da, ging es da runter. Irgendwie, das ist so ein Motiv, das mir so irgendwie vertraut ist. Wir sind, den Roadtrip auch mal gemacht sind, aber dann über Italien und dann auf die Fähre und dann nach Patras, aber, und das war irgendwie, deshalb, ich brauchte nur einen Moment, wo man sich auf diese Reise begibt und dafür war Athen einfach gut, sozusagen, okay, jetzt fahren wir los und dann alles andere, hat keinen Anspruch auf chronologische Genauigkeit und Erinnerung hat ja auch eben auch keinen absoluten Anspruch auf Wahrheit, sondern es ist ja immer subjektive Wahrheit und damit ist irgendwie auch alles erlaubt, auch Fiktion wieder im Narrativ und das war eben an der Stelle dann auch genauso frei. Ich konnte immer zurückgreifen auf diese Erinnerungen und auf das, was wirklich passiert sind, ohne den Anspruch zu haben, dass das auch dann minutiös zu Ende erzählt sein muss oder eben diesen Anspruch hat auf Genauigkeit. Was hast du gemacht auf den Fahrten damals als Kind? Ich saß mit meinem Bruder hinten, meine Schwester war schon Teenager, 16, 17, die war dann oft schon irgendwie mit ihren Klicken unterwegs, Mau Mau gespielt, weiß nicht, ob wir Hörspiele gehört haben, weiß ich gar nicht mehr, gegessen, essen war ganz wichtig, es wurde auch immer dieser Picknickkorb, der wurde schon so die ersten 30 Kilometer in der Stuttgart wurde der schon zu Ende geplündert. Ja, gesungen wurde auch, meine Mutter sang sehr gerne auf diesen Reisen und wir sind ja so Krips-Theater-Kinder, also das waren Lieder, die da gesungen wurden, gespickt oder so unterbrochen durch ein paar vielleicht italienische Partisan-Songs. Witzig, es gab ja diesen Bella Ciao-Song, das ist auch Wahnsinn, wenn einem so einen Song einfach in diesem Kontext begegnet, weil der Text ist schon so, also wie da jemand gerade in den Bergen stirbt und zurückgelassen wird und er eigentlich zu seinen Partisanen sagt, ey, pflanzt mir hier eine Blume und denkt an mich und unseren gemeinsamen Kampf, wenn ihr hier wieder vorüber zieht oder so. Also das ist eigentlich in Norditalien im Alpen die Partisanen, die sich da gegen die Nazis gewandt haben. Aber interessant, ja, also wie Sachen umgedeutet werden. Aber sowas wurde dann gesungen, ja, genau, das sind so die Erinnerungen. Und dann gab es ein Spiel auf der Fähre, da erinnere ich mich mit meinem Bruder, man hat eins, zwei, drei, wie viele Münzen braucht man sieben Münzen, jeweils zwei machen die Tore und du hast drei Münzen und musst immer mit einer Münze durch die zwei anderen, durch die Lücke, die zwischen den zwei anderen entsteht, durch Schnippen. Und dann kann man da Tore schießen. Das wurde da sehr viel gespielt. Das sind Erinnerungen, auf der Platte gibt es eben auch viele, also du arbeitest viel auf, du erinnerst dich, du erzählst. Ist dir darüber auch nochmal gewahr geworden, dass da jetzt auch durchaus in deinem Leben schon viel Zeit vergangen ist? Ja, tatsächlich, manchmal denke ich das jetzt. Dass, wenn ich von, ja, damals, also die Begriffe verwende ich nicht so, aber dass es sowas gibt wie ein damals und das ist nicht witzig, weil Mayan ist mit auf Tour gerade und er sagte irgendwie neulich sowas wie, ey, das haben wir da, haben wir früher immer gemacht. Und dann fragte ich, ja, wann früher? Ja, so vor zwei Jahren. Da hatte ich so, ja, so, also, wenn ich jetzt früher sagen würde, dann sind das ganz schnell auch mal 30 Jahre, 35 Jahre, bin auf meinen Ohrring angesprochen worden, dann wusste ich kurz, hey, trägst du jetzt einen Ohrring? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das irgendwie wieder durchgestochen, dann habe ich mir, dann habe ich kurz gerechnet, so, ja, den habe ich mir vor 35 Jahren gestochen. Da dachte ich, okay, ja, das fühlt sich jetzt echt, das fühlt sich jetzt lang an. Ich meine, da war ich elf, also auch noch nicht super alt, aber trotzdem, das fühlt sich schon, also 35 Jahre zu sagen, da ist, hat man irgendwas gemacht, was sich nach Teenager anfühlt, das ist lange, ja. Und was ist das für ein Gefühl? Ist das einfach nur, ist das neutral, ist das nostalgisch oder macht das auch nervös? Nervös macht es nicht und es ist, ja, also, es ist, nee, also, es ist weder besonders schön noch besonders beunruhigend, sondern es ist so und mir macht es Spaß, jetzt gerade da zu sein und jetzt was zu machen, was ich jetzt gerade cool finde und was ich irgendwie zeigen will und was ich präsentieren will, was ich auf die Bühne will und das will ich irgendwie gut machen und das will ich ins Hier und Jetzt tun. So und das, glaube ich, ist so das, was mich am meisten interessiert immer noch. Also irgendwie, was ist das, was ich jetzt mache, was ist das, was ich als Nächste mache und natürlich gibt es irgendwann ein Track Record oder Geschichte und ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ich finde diesen Verwaltungsmodus, in den viele Musiker tendieren zu schalten und ich bin da vielleicht auch nicht gefeit, wir haben auch jetzt mal zwei Jahre Freundeskreis Geburtstag gefeiert, das macht auch Spaß, aber das würde mir nicht genügen, also sozusagen ab irgendeinem Punkt zu sagen, jetzt verwalte ich, was da ist, weil ich es ja geschaffen habe, jetzt kann ich es auch abfeiern. Und das war auch, um da zurückzukommen irgendwie, also die Motivation für diese Platte ist auch, also ich will mir das selbst glauben und ich will diesen Fälscher sozusagen und diesen Conny Kujau, der mir da begegnet, der sagt, ey, was würde denn Max Herre machen oder wie würde das denn klingen, dem will ich irgendwie, dem will ich austricksen und dem will ich irgendwie zum Schweigen bringen. Insofern ist es einfach jetzt und ich bin so alt, wie ich bin und ich fühle mich in manchen Momenten, ja, denke ich so, bestimmte Sachen, so da bin ich gerade nicht drin, aber das hat überhaupt auch damit zu tun, dass wir in der Phase sind als Musiker, in der sich gerade diese ganze Industrie neu erfindet und auch die Technologie eine komplett andere ist und sich Leute, die man früher adressiert hat, auch erst umorientieren gerade und man nicht so genau weiß, wo sitzen die Leute, die eigentlich, die man ansprechen möchte und sich da ausprobiert und Insta-Accounts baut und irgendwie seine Musik in diese, probiert zu überführen, in diesen neuen Markt, in dem es keine, ich denke natürlich in Alben, also ist es völlig antizyklisch, also ich denke nicht in Playlists und ich denke auch nicht in Songs und ich denke in Alben, was ist, also was habe ich zu erzählen auf Albumlänge und ich denke auch noch nur daran, wie sieht die Doppelvinyl-Deluxe-Geschichte aus, 64 Seiten Kunstfotos und dann 180 Gramm Doppelvinyl, also keine Ahnung und ich denke so, weil ich das das schönste Format finde, aber auch, weil ich halt Oldschooler, da halt so Oldschool bin und trotzdem interessiert mich, interessiert mich das neu und finde ich das immer auch eine Chance zu sagen, ey, was passiert, also wie kann man das, was jetzt da ist an neuer Technologie, wie kann man das nutzen, um seine Geschichten zu erzählen. Es ist halt, ich kann meine halt, das merkst du ja in diesen Antworten, die ich immer gehe, ich kann sie sehr schlecht verkürzt erzählen, ich brauche immer sehr lang. Dafür haben wir ja die Zeit hier auch, glücklicherweise. Und irgendwie, das wünsche ich mir natürlich ein bisschen, dass es da, also dass es da irgendwie auch, auch wieder vielleicht hingeht oder zumindest auch eine Nische gibt, in dem, denen das erlaubt ist, dass man irgendwie sich Zeit nimmt und sagt, ey, da ist irgendwie jemand und ich höre mir auch Alben nach wie vor an, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dann schon, also und nicht von allen Künstlern, aber es gibt einfach ein paar Künstler, bei denen weiß ich, die legen das auch darauf an und dann will ich das wissen. Man will wissen, was derjenige sich dabei gedacht hat. Und dann quält man sich so die ersten, keine Ahnung, vier Male durch so ein Frank Ocean Album oder sowas, das war so das Letzte, wo mir das so klar war, also dass ich einfach ohne Geduld mich dieser Sache nie annäher und diese Schönheit nie begreifen würde. Bei Solange war es auch wieder ein bisschen so, dass ich erst so ungeduldig war und ey, das sind ja nur Fragmente, keine Songs, wo sind die Hits? und dann mich darauf einlasse und dann erschließt sich mir dann erst und das wünsche ich mir natürlich sehr, dass also auch die Platte, die ich gemacht habe, dass sie diesen Raum irgendwie bekommt und dass Leute Lust darauf haben, diese Layers, die da sind, irgendwie zu entschlüsseln und das wünsche ich mir für diesen Markt, dass er irgendwie diese Formate auch zulässt und neben all diesem, was ja auch total eine Befreiung ist, zu sagen, ey, man muss nicht mehr sich immer drei Jahre wegsperren, um ein Album hinzukriegen, man kann auch einfach mal Tracks raushauen, das ist ja auch künstlerisch total interessant, dieses Playlist-Game, auch zu sagen, ich haue erst mal Tracks und dann am Ende kompiliere ich die in irgendeine Form. Das finde ich auch ein super Format, aber es ist nicht das Einzige für mich. Ganz genau. Ich wünsche es dir, ich wünsche es dem Album, es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Lieber Max, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis ganz bald. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood-Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. đã folpert euch. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020